Guten Morgen! Ein Welsgesundes-Abgestunde ist, dass wir auch leben wollen. Oder dass wir leben haben. Wir haben Leben gekriegt von ihm. Und da ist uns eine Freiheit. Und die Mannschaft, um zu kommen, in dieses Fasen zu haben. Von dem, wenn wir uns wieder nennen lassen, ich war in Schuffarschen zu lesen, um uns zu nennen zu lesen. Und ich sagte, dass wir dort kicken und gedacht haben, was alles passiert wird an den ersten Tagen in der Welt. Wo Menschen abgerecht werden. Wo Menschen belehrt werden und all das. Und ich dachte mir, ich habe so viele Fasen, ich kann nicht alle an einem Vormittag lesen. um die Geschichte mitzunehmen. Aber wir wollen dann so vieles von dir und dann können wir in dieser halbe Stunde nennen. Und in Femmels hauptet, wenn wir uns einmal mal drei Bergen kicken, was passiert ist. Woran war Jesus dort? Oder was er hat getan? Wir haben alle gehört, dass er kritisch war. Er starb. Er war sehr großartig behandelt. Wir waren nach dem Bäschen. Und all das, was er hat getan hat, dass er nicht leben konnte. Und so, von der an der Dach, wo wir uns in der Heldedach nahe, wo er abgestimmt ist. Er bleibt nicht dort. Und er kann die Schrift anbeten, dass wir dort leben. Und wenn wir an Jesus' Glauben sind, sind wir nicht zum Leben gekommen. Das wird die Schrift sein klar beten. Und das. Und so, wenn wir dort topfunden sind, dass Jesus ist abgestimmt. Wir sind abgestimmt von uns leben, wo wir nicht wissen, was wir tun. Wir können auf einmal von einer anderen Seite ansehen und sagen, Nein, Jesus, du wirst am Graf, aber ich will viel wieder rauf, als all dort mit meinem Leben. Ich bin verloren, für ewig. Aber willst du das Deutsch, kann ich leben. Und das, wo ich mich zufrieden habe. Wir werden von dir anfangen, in Luke 24, Vers 1. Und wenn wir die Geschichte mal überlesen, und wenn wir Sambemerkungen merken, über dort. Als wir das, wenn wir das allein lesen, Sambemerkungen über dort merken. Luke 24, Vers 1. Anfangen. Jesus ist abgestimmt. Manchmal wundert einer, wenn er diese ganze Geschichte der Leyen kriegt, wofür von dir soll er hier mitteilen will. Wir alle haben das gelesen. Wir alle haben uns alle nennen gelesen. Uns alle ist dort eine bekannte Geschichte. Aber ich glaube, es wird dann auch wertvoll, wenn wir uns die Gedanken taub tragen und denken, alle taubt da an. Das ist eine Gemeinschaft mit Jesus taubt. Das ist, was heute für uns getan hat. Luke 24, Vers 1. Sagt es, Und dann, den ersten Tag an den Weg, kamen sie in gewisse andere Frühjahrs mit an. Tidig war es in den Grafen und brachten die Kriterie, die sie gemerkt haben. So waren wir nun und denken, wir waren nun ein paar Tage und da waren sie und sie hatten sich alle gemerkt. Nun waren wir angekommen und das Körper hier, das Körper schenken wir nicht mehr. Wir wollten dort ein Körper, wenn der nicht leben hat, dann verkämmten sie. Diese Menschen, wie wir am Tidun, sie hatten diesen Körper so leicht geworden, diesen Jesus, sie wollten den Gott schenken, sie bringen alle Sachen die Kriterie zu haben. Sie wollten sich viel mehr. Aber aus den Haaren kommen, wird der Stein auf den Graf wach herauf. Dann gingen sie hin, aber von den Haaren Jesus den Körper nicht. und während sie noch nicht so reich wussten, worüber sie vergingen, kamen zwei Männer in seinen Kleidern an. Und sie sind dann verschrocken und sich mit den Gesichtern, und sie sehen sie an, woran sie den lebenden Mann, die gestorben sind. Der ist nicht hier, der ist abgestimmt. Denkt ihr an, woran sie heute sehen, als sie noch in Galiläa waren. Als sie sehen, dass sie die Menschen sehen, die sind in der Heim gegebt, und sie kreuzig waren, und am dritten Tag abstehen, dann dachten sie an sie nicht mehr. Woran sieht sie den lebenden Mann, die gestorbenen? Dort wird die Frau der Engel die früheste Frau. nicht mehr. Woran sieht wir lebende Dinge oder die Dinge verletzen? So viele sieht man, wie sie auf der Anrichte stehen, nur erfällig wurden auf unsere Leben. So viele sieht man, wo wir leer, wenn wir etwas fallen, sind, wenn wir die Freiheit in Jesus leben, werden wir sehen, dass er noch einmal trägt, und er ist falsch. Weil wir einen Bereich, der steht, nur Leben zu sehen und dort ist ein Gott in Wut. Weil wir nicht selbst nur Leben zu sehen. Diese Engel frühen und frühen, warum kommen wir hier mit all diesen Sachen, die wir hier haben? Warum kommen wir hier an? Das steht, wo wir dort sind. Was wollen wir hier? Er ist abgestoßen, er ist nicht mehr hier. Und weil wir uns morgen, wo wir nur Leben sehen, dort ist bloß ein Jesus Christus Leben. Und dann geht hier wieder in Vers 9 und 10 Vers 9 und 10 gegen die drei und verteilten Menschen, was sie begehend haben. Vers 11 sagt es, sie aber hillten dort, verladen wir ohne Meinung und liefden dort nicht. Viele Menschen, die früher sind drei, wir haben Engel gesagt, die haben uns gesagt, Jesus lebt. Oh, Tötes, wer kann dort leben? Aber dann war ich hier in Vers 12. Vers 12 Und weil wir so Menschen, die dort sind, aber heute stand ab, ran im Graf, bergte sich die Nähe und sagte, du sass nirsch, aus Linsach leckes lehend. Hei ging teufahren und wundert sich, wort passiert wir. So vielmals sind wir leichereig, kriegst du es diese Menschen, die wir, die Hilden, die verladen wird. Das wird verändern. Das ist nicht so, was hier passiert ist. Das ist so ganz frisch, es passiert. Weiteres habe ich das auch der Länge, aus der Frühst mitteilen, und er sagt, er steht ab, und das werde ich mir selbst gesehen, was es wirklich ist. Und ich glaube, dort ist, was das Brücken ist, dass wir wirklich das Leben mitleben können, oder dass wir das ausführen können, und dass das wird verletzt, wenn wir gehen und ausführen, und wo wir haben gehen, nur Gott sind Wut. Und dort ist, wo wir leben. Da kann man sich zu verfallen, als wenn wir nicht gerade verstehen können. Da kann man sich zu verfallen, was das meint, oder woran kann ich nicht taupfen. Aber Petrus, wir stellen, in der Kirche, wo ist es geworden. Das sage ich nicht, was die anderen Menschen hier tun haben, aber das sage ich, dass sie heute das verladen wir. Das kann ich sehen, das ist nie. Petrus, wir stellen, wie weiß, dass die anderen Apostel, da sagt, dass Petrus und John sogar reisten, zum Ausfangen, wo passiert wird. Sie sagen, wer ist es, wo du sein, und das sagt, dass Johannes Stahle ran, können es Petrus, und wir do all checkten in. Das sind Dinge, die wir lesen können. Aber diese beiden Dinge, die wir nicht von euch sehen, das entlade wird. Wenn das so ist, das ist ans Haar, den haben wir so live gewonnen, und wenn dort so ist, dort war ich gut, was ist passiert. Wo ist das da nun? Wenn wir Jesus live gewonnen haben, und wir am gleichen sind die Dinge, die wir verlassen, wir holen, oder sind wir so aus Petrus und Johannes, dass wir nur sein Wörterkreich steht. Dass wir uns das nur lesen, was wirklich ist. Und dann wieder in Vers 13 wieder. Hier ist es, wo Jesus mit die Eimos gingen auf dem Wach wird. Diese zwei Gänge, die gingen dort, von Jerusalem und Eimos, das sind von ungefähr 7 Mehl. Und sie sind bedrückt. Wenn wir uns das einmal überlesen, dann werden wir uns zusammen Bemerkungen nehmen. Vers 14 Vers 14 Wir können uns feststellen, dass sie gingen, die gingen dort, und wir in Trürich, Jesus kommt von Hängen jetzt und kommt nur und mit Glück und hart. Das hielt sich so, sie sagt nicht für das Wort. Aber diese beiden gingen, die werden sehr bedrückt. Und sie unterhielten sich von dort. Vers 17 Und sie seht an, von was red sie? Und was red sie? Sie stand in er trühe Stell. Sie sind gegangen, auf Jesus gefragt, und haben sie gestellt . Was du bist? der Einzige wird nicht weit was hier ist fähig und bekämpft das nicht weit. Jesus fragt was mein hier? Dann vertellen sie die Geschichte, dass Jesus von Nazareth hat Menschen mit kraft hing seine wir auch in seine wir haben gemacht, dass Jesus wir haben kraft in seine wir weil er steht mit seinen Wort und er Gott wird sein und wo unser jünger Priester und die Böse am Hand geben und den Tod für ihr in die kritische worden wir können uns diese Vertwiebelung verstehen sie denken an ihre Lehrer im Volk und haben sich hier im Mond so viel lehrt und so die Jünger aufgemerkt er war viele Dinge und so froh gemerkt und wir haben Ehre Lehrer diesen Mann hat sie geschaut diese beiden Männer wir können uns verstellen mit Tränen in den Tränen erhöht und wenn wir wieder lesen dann sagt Vers 21 wir überhobten dass heute wir der Israel früh merken wurde und das ist der dritte Tag nur dem das passiert und dann noch haben einige von uns früh uns verschrocken die die dich beim Graf wir und seinen Körper nicht fangen die kamen drei und sehten sie hatten Engel die gesagt haben dass er lebt so mit das Tränen gingen sie die Länge war Jesus kam nur dass sie vertrauen Jesus krieg was er schwer ist sie dachten dass Jesus der wird uns frei mehr und ich lebe viele Menschen von denen die sind Jesus gegangen haben Jesus an und sie dachten sie würden frei werden und weil sie in ihre Träbels verkäufer nahen ihre Sinn oder was immer entbedrückend hat fals sind dann waren sie vertweifelt ich dachte nu würde es anders sein ich dachte nu würde ich frei sein ich dachte ich würde können in Gleckliger sein so ist alle andere aber das nicht passiert viele Menschen die leben in dieser Vertweiflung diese gingen die sehen wir dachten dass Jesus der wurde uns frei mehr wir können denken dass sie dachten an der Räume der Hand und ihr Kontroll sie können nicht so sein würden weil in dieser Begebung der mir sei trüe Jesus heucht dass alle der leiden wird ernst und trüe ich mehr an die sie hatten sich so gefreut des messias der hat so viel gelebt der hat so viel gesagt und uns so abgefröscht weil er hat wir kräft das bewegt uns und jetzt sieht die hoffnung alle aus der Engelsche verse 25 lesen dann seht er an wo die stammt hat genoren dort so lang dort alle die glauben wo die Propheten gered hat dass sie ginge die werden trüe beträgt aus Jesus anfangen zu reden und sagt er stammt hat genoren sein die Engels sagt fools er slow of heart to believe das erste wird was sie von Jesus verdient und so lang aber das seht du sie wissen nicht dass Jesus wird Jesus sagt stammt genoren wir können nicht begripen was die schrift sagen das das ist all dann als Moses noch hat wir kippen und was ist heidan all in Deuteronomy 18 verse 15 5. Mose 18 verse 15 sagt der herrgung Gott wird günd von man günd ein prophet sondern aus ex geben hirrg n den Jesus weist 3 dann aus Moses habe ihr seht du wot ein prophet komm sondern aus Moses wie das Volk von der Sklomerie frie nur frie land leiden so ein prophet wird Gott ein ab er sagt nicht wie er sagt er kann er schrift er erklärt dann wird es prophezei nicht aber er versägt er nicht mehr dann er wieder Psalm 22 verse 2 er erklärt David hat gerade abgeschrieben warum mein Leben war dran gekommen dass ich war allein gelohnt worden verse 2 sagt mein Gott mein Gott worum hast du mich verloten worum bleibst du mit diene help so wird off und hörst nicht nur meinen stehen aus jesus am christ hank entstehen das wird dann alle geschrieben das ist 3 der 3 passiert verse 8 sagt wer immer mich sieht spart über mich sie mögen dick kap gefachsen und schädchen mit den kapp und sein verleiht sich ab den haren dann den am die haren will die haren los on am haf dann loht am an nur rad so das wir alle die prophet sagen vers 13 in psalm 22 meine fiend sind an mir aus eine her balles gewollte balles mit rund an mir sie riten ihre fred auf mir aus ein riten der brällende lebe ich sehe die garten aus wut meine knerke sind alle in ein gelenk mein hart ist an mir aus geschmalk na was meine kroft ist so aus drei schauwels und die tongue bag mir an been an du hast mich verdaut im staff gelag und so geht her an kiek mal dit ist alle vor gesagt kiek mal drei der drei ist dort passiert diese gingen gingen trürig flingst weg und dachten an all was passiert wie jesus kam tre denk mal und wieder tre dann ist alle gesagt dass das passieren wird die gingen die hatten das andere lehrer die hann so geräsel get arach jesus geht die lehrer vorbei und kiek mal dit ist was geschrieben steht wort passiert wort soll kommen kiek mal dort ist der jau tre passiert verse 31 in psalm 22 sagt der her wird nun kommen haben der an deunen vom her wird der kind und gerät worden sie waren kommen in sin gerecht keit in wort he gedonen have to in folgt predigen dort noch nicht geboren wird sein dit is wo jesus tre wiesen dat abgeschreven wird dann all nu ist dat passiert an se lehrer han zung gerüillet arach gedun bei jesus dat nicht ein besche ab dort en go he sagt was sagt die schreft wo alle so ramm k isaia 52 verse 13 sagte was durchgeschreven steht der her sagt hör mal mein knall was fehl bestrieden hör mal mein knall was fehl bestrieden sei war in den seier höch achten in fehl ehe geben das ging ja de ha nicht gesagt was jesus gedun hat de achten den seier höch was ha gedun hat verse 14 kreik so aus fehle stützten aus seier am sa will sing gesech in charpa so verlassen werden dort mees nicht meia nur ein menschleid so waren nie doch fehl fehl ja ab am ach geben in chanix wo nicht wollten wo sie sein seier und wils antwort doch klar worden wo china angesagt hab und wollen ernst sein dass sie noch nie nicht gehit haben nie wo er an war er beck tre kreik man das ist was passiert worden und dann in isaiah 53 leing haben wort war ein leiden man das ist was die leiden leiden haben so tre und dann in revelation 1 verse 18 sagt aber hier sagt johannes johannes allein ab insel und hier sagt johannes ich werde dort werden ich werde dort gemerkt worden aber ich lebe ich lebe nicht für einen Menschenleben lang ich lebe für einmal neu wir chapter 2 verse 8 in revelation sagt und nur den engel von der gemeint in smyrna schrieb das sagt die erste und der letzte der dort wir in dem leben gekommen ist und dort ist was in die gläuhen dann in 1 korinthians 15 12 34 da red hier von dass wir von dort abstoßen wollen und wir haben diese hopp nicht dass Jesus erst von dort abgestoßen und wir waren auch von dort abstoßen und dann von verse 34 35 und wieder du erklärt Paulus was wir waren von Karpahan er wollte nicht nähen gehen aber erklärt wir waren ein verwandelter Karpahan als Als wir gestorben sind, sind wir frei von Sinn. Jesus ist frei von Sinn. Er ist gestorben. Wenn wir gestorben sind, von uns natürlich leben, dann wollen wir nicht mehr in Sinn leben. Dann sind wir frei von dort. Vers 8. Wenn wir nicht mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben wollen. Das ist uns klar, dass wir glauben, dass wir mit ihm leben wollen. Wir sind nicht von dir, dass wir nicht glauben. Wir sind von dir, dass Jesus von dir abgestoßen dort, wo wir uns das Leben bringen wollen, wenn wir diese Geschichte frisch uns verführen wollen, wenn es heu lebt. Das ist nicht in dir, wo wir uns leben wollen. Vers 9. Wenn wir wissen, dass Christus von dir abgestoßen, nicht weiter gestorben wird, der Dut kann nicht länger überherschen. Der Dut, den heu stirbt, hat heu einmal gelebt und damit ist heu von dir sinnlos. Dort leben, aber dort heu nie lebt, lebt heu von Gott. Gerut so, halt jün zu ver, dort die, für den Sinn dort sind, aber ein Christus Jesus leben dich von Gott. Dit ist für Paulus ans Mugmeer, ne Tick. Jesus wie gestorben. Heu wie abgestoßen. So soll wie auch, für den Sinn dort sein, ein Leben, für die Gerichtheit, ein Christus Jesus. Also ich mische nur in Nordindien, in Prediendet, und habe geredet von Jesusin abgestoßen, und dann kommt ein Mohammed, ein Mensch, der auf Mohammed läuft, kommt dann an, und dann sagt er, das eine, mit den Christen teilgeben, dass wir haben, ein Ding, Peter aus die Hand. Wenn wir in den Graf gehen, du können wir doch wenigstens sein. Du hast den Graf, und du lichtest Mohammed bin. Wenn wir in den Graf gehen, du hast bloß einen Lager Graf. Das Messinaudisch smiled, und sagt, und dort kriegt die Unterschied, dein Gott ist dort, und uns Gott, der lebt, ist abgestoßen. Was können wir auf einmal an den so vorzuhören, ans Umfang, ein Brot zu tun, so als das Mohammed hat, mit ein Döde, du denkst. Wir kommen an den anderen, wo wir auf einmal so ans Nähn löten, wo wir aber nicht im wirklichen Grund für haben, so als das Mann, nicht im wirklichen Grund für haben, und er sagt, wir haben ein Ding betet. Wenn wir in den Graf kommen, wie können du doch noch was sagen? Der Glauben regt bloß den Döt. Der regt bloß den Döt. Aber ans Glauben, der regt wieder aus, dass ans Christus, der ist abgestoßen, der ist nicht im Graf geblieben. John 14, Vers 18 und 19 sagt, Ich wollte nicht aus Wesen gehen, aber ich wollte drehen und kommen, dort ist auch nicht mehr allein, aber die Welt nicht mehr sein wird, aber die waren mit seinen, weil ich leben und die auch leben. So, das ist euer Jesus gestorben, dann sagt die jünger, ich war hier wach, ich war dort gemerkt, aber ich denke, ich will wieder leben, und wenn die dort glauben, dann wollen die auch leben. Aber wenn sie das glauben, wollen sie nicht verschreiten, wollen sie sein, was sie gelehrt haben. Das können nicht sein, entweder in die Übung teuer halten, aber als Jesus Brot brechen, der darf einmal sagen, nicht sein, was Jesus gesagt hat. Und so vielmals ist das, wenn wir Gott sehen, wird lesen, und das ist, was er meint. Das ist, woran das geschrieben steht. Mein Verlangen ist, dass Paul in Galater 2, Vers 20 sagt, ich sie mit Christus mit gegrüßig, dass sie nicht mehr echte lebt, dass Christus an mich, Christus ist, der in mich lebt. Das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe, im Glauben, an Gott sehen, die mir in sich selbst für mich angeht. Das Leben, was ich hier habe, ist mein Verlangen, dass es so sein, als Paulus sagt, das seht wir. Das Leben, was ich hier lebe, dass ich stemmen mit Jesus sein Leben. Das kann ich reing sein mit dem was Jesus will haben, was ich soll leben. 3 in Luke 24 Vers 5 Das ist das früherste beim Graf führen. So die Engel sagen, sie beckten sich doel und werden verschrocken, was passiert noch, was passiert noch. Die Engel sagen, woran seht ihr den lebenden Mank der Gestorben? Wir sehen viermal, wenn wir mehr leben haben, wenn wir klare Dinge verstehen. Aber kann es sein, dass wir manchmal ab reich stehen und leben sehen. Das Engel sehen, die früher sind nicht reich stehen, wenn Jesus sehen. Hier wurde er gebrochen, als er död wird. Aber er ist nicht mehr hier. Er ist abgestoßen. In viermal sollen wir nur die Dinge die Kräck fahren zu legen. Vielleicht die schwere Dinge aus der immer gingen. Sie können nicht wieder denken an dem was passiert ist, was grünlich schwer ist, was uns so ammutig merkt. Sie können plötzlich nicht verstehen, was passiert ist. Sie können nicht wieder denken, Jesus kommt und er erklärt. Das ist, der Schrift sei. Das wurde dann zu Moses gesagt. Das ist, was David in Psalmen Das soll alles herkommen. Jetzt ist alles passiert. wenn wir an den anderen kommen, wir durchstunden bleiben und wir nicht woran wir uns missruhbelig feiern. Wir können bloß das Ding sein, was feiern steht. Und dann braucht es auch dass somebody uns dumm vorbeihaupten das was Jesus das erste zu den jungen stammt hat genauen. Dass wir nicht entschuldigen oder leben das wird hat ein Glück am Hortspeich. Wieder kann ihr noch nicht denken. Und so sind wir so viele maus. Dass wir bloß an den anderen stehen und denken können und du bleibst du. Wir sind trürig. Wir wissen nicht wo es wieder gehen. als Jesus anfängt zu reden denkt mal im Bett wieder. Das soll alles passieren. Das muss passieren wenn ihr kein Leben habt. Wenn das nicht passiert wird nicht kein Leben haben. Woran seht ihr den lebenden Mank der gestorben ist? Ein anderer wird sagen woran seht wir leben in der Welt voll von Angereichtigkeit wo wir über Jesus gehen gehen auf ihr leben fängt in ein Leben leben Jesus sagt in John 14 Vers 6 Ich sehe die war die Wahrheit in dein Leben Keine kämpf eine Bühne durch mich Ich sage Du hast noch nicht leben als bei mir Ich bin gestorben und bin abgestohen Ich kann leben kommt nicht mir durch mich wo ich fängt bei mir wo ich fängt aber mein verlangen wird sein dass wir können jeslich sein wo Gott ist in uns leben dass wir leben jeslich leben werden beten vor dem himmel wir danken dir dass du abgestohen bist wir danken dir dass wir glauben können viele Menschen die wundern woran es so schwor geht oder dunkel ist oder dies ist dass sie ein muss gehen die können nicht verbieten vor ich bete dass wir wollen sein sein was den will von uns ist dass wir wollen kann das Leben leben was du für uns gemerkt hast dass wir nicht waren verbiest und diese Welt voll angereicht sind aber wir waren abrechtlich sein und die verheiligen für das was du für uns getan hast und uns vertiefen was die nicht genut zu uns bedienen hat vora wir danken dir für die word und verdienen leufe zu uns Menschen in Jesus sin nome Amen Amen